Servus! Ich bin Benne! Hey, ich muss dir was krass erzählen. Servus, was gibt's? Ja, ne, einfach so vor meinem Tank. Ok, erzähl mal, was willst du mir sagen? Ja, also ich bin von der Schule heimgekommen, hab meine 50 Liegestützen gemacht. Ja, mach ich eigentlich jedes Mal, wenn ich von der Schule heimkomme, weil ich einfach ein bisschen meinen Vizep trainieren will. Ja, dann hab ich ganz normal weitergemacht. Eigentlich wollte ich Hausaufgaben machen. Irgendwie hab ich doch keinen Bock auf Hausaufgaben. Wie bin ich hier eigentlich hochgekommen? Ja, danach hab ich ein paar Parcoursübungen gemacht. War eigentlich ganz witzig. Ein bisschen laufen zu hoch. Pokémon Go hab ich dann übrigens auch mal gespielt. War cool. Ich hab Pikachu gefangen. Ja, danach hab ich einfach ein paar Tricks auf den Klettergerüst gemacht. Ah genau, das Klettergerüst bin ich auch irgendwann hochgeklettert und dann bin ich einfach wieder runtergerutscht. Ok. Aber ich bin dann nochmal hochgeklettert und auf das Dach. Und dann bin ich runtergeklettert und dann bin ich einfach runtergesprungen. So krass. Ja, und wie hast du das überlebt? Ja, ich weiß nicht, ob ein Sprung von 1,50 Meter so gefährlich ist. Aber ja. Ok, also war ich da zu hoch. Ne. Ja. Ja, und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass ich mich irgendwo hingesetzt hab und einfach mal ein bisschen runtergekommen bin und Musik gehört hab. Und ja, jetzt sitzen wir hier und reden. Und deshalb glaub ich nicht mehr an Batman! Batman! Batman!